So, wir spielen hier in dieser Welt halt mit Bandage Girl und... Ja, Bandage Girl hat auch so ihre Eigenheiten und zwar, sie verspritzt ja kein Blut, sondern... Was ist es denn? Parfüm? Es riecht nach Bandage Girl! Okay. Steuert sie sich sonst noch irgendwie anders als Meat Boy? Sie steuert sich nicht anders, sie ist genauso schnell. Sie ist genauso... Au. Sie steuert sich genauso. Au. Zack. Boah, was? Achso, da ging es nicht durch, das war eine Wand. Mist. Nochmal. Und... Ah, das war zu knapp. Hm, das ist aber auch schwierig. Ja, aber es geht auch. Weil wenn man schon die ganzen Säge wieder sieht. Ja, es sind viel zu viele Kreissägen. Ah, Mann! Jetzt mache ich langsam. Nicht. Aber schöne Musik im Hintergrund. Könnte aus irgendeinem... Irgendeinem... Oh! Das geht gar nicht mehr, da hoch zu kommen, wenn man... Was zum... Könnte aus irgendeinem Schlagersong stammen, als... Was weiß ich? Wow! Es klappt! Als... Als Solo, was da drin ist. Mittendrin. Oh, hier guckt die ganzen Bandage-Girls! Ah! So Frauenfeindlich bin ich ja noch nicht, eigentlich. Dass ich so viele Bandage-Girls töten würde. Naja, das kommt niemals an die Bandage-Girls rum. Und leider haben wir die Dings nicht geschafft. Die Zeit, die nötig wäre, um... Das Ganze als... Rank A-Plus... Äh, Grade A-Plus zu bezeichnen. Deswegen wird das Ganze normal gemacht. Schlechte Idee. Ich weiß. Was will ich nur machen. Ah! Ich will nämlich den Great haben und dafür tue ich alles. Ah! Das kann doch nicht wahr sein! Das ist fies. Das ist richtig fies. Da guckt man schon nicht die ersten paar Meter, wenn man schnell sein will. Ah! Und hopp! So! Jetzt aber! Na, es hätte klappen können! Hätte ich da jetzt nicht... den Tod... erlebt. Nein! Na komm! Jetzt aber! Nicht! Wieder mal zu früh abgesprungen, aber sonst alles okay. So! Jetzt diesmal vorsichtiger! Und! Yeah! Grade A-Plus! A-Plus! Was ist das? Oh wei! Ah! Was? Das ist geil! Das ist geil! Au! Das sieht witzig aus mit der Linie da! Das sieht auf jeden Fall witzig aus! Au! Shit! Das ist doch geil! Au! Ah! Da hätte ich springen müssen! Damit das Ding nicht über... Dings! Ja! Ja! Grade A-Plus! Ha! Was?! Boah! Geil! Au! Ich glaube, es geht, wenn ich so bin! Boah, wenn man das schon sieht, da hat man schon direkt wieder keinen Bock mehr! Nee, da hat man echt keinen Bock mehr! Ah, Moment! Also, ich gehe da hin! Aha! Also, ich stelle mich hier hin, dann geht's da weiter! Au! Mh, ich verstehe! Es hat sogar eine gewisse... Ein gewisses Muster, das ich verfolgen kann! Au! Okay, so! So! Ah, nee! Das war schlecht! Au! Aber, man sieht schon, irgendwo ist es... Also, irgendeine Technik... Irgendeine Technik muss ja dahinter stecken! Ja! Schätze ich mal, äh... Schätze ich auch! Ich hoffe es! Also, möglichst hier an den Dingern erstmal dranbleiben! Na? Shit! Das könnte mich schon den Great... Nee, ich kriege ihn noch! Geil! Hätte ich ja nicht gedacht! Was ist das? Was zum... Boah! So! Legt und rechts und... Äh, Moment, ich versuche mal... Auch, nee! Ja! Na, nee, nee, da muss ich warten! Scheiße! Oh! Ach so! Das ist aber wirst du doch infiziert! Ist das krank! Äh... Das muss ich wohl doch etwas langsamer angehen, wie es aussieht! Wow! Shit! Oh, Mann! Ist das krank! Wer denkt sich den Scheiß aus? Ah! Team Meat! Ja, die sind das wohl! Das sieht schon nach part 2 Konkur aus! Das könnte es sein, aber ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus! Ja! Definitiv! Das ist doch böse! Das ist doch böse! Wenn ich richtig springe, nö! Kein Stoß! Au! Viel zu viel, wo man dran sterben kann! Oh, Gott! Die Dinger sind echt nicht schön! Ah! Ah! Wow! Ah! Jetzt wird es los! Oh! Jetzt ist es los! Boah! Was zum... Was ist der... Das ist schnell wie Sau! Wow, 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 wow! Boah! Oh! Ah, so geht's! Was? Ach so, wenn man drüber geht! Ja! Dann muss man wohl drüber! Ja! Das macht natürlich nicht immer Sinn! Ohohoho! Ah! Nein! Das war geil! Das schaffe ich diesmal! Aber hier dürfte der Great Ape Plus ja auch mehr schaffbar sein! Erklärt sich ja auch wie selbst... Oh fuck! Es macht einen Spaß, unter Zeitdruck zu arbeiten! Ernst? Ja! Es ist so voll geil! Oh! Yay! Oh! Der letzte war nicht gut! Ah! Hm! Jetzt aber! Nein! Ah! Immer da oben! Immer der letzte! Ah! Ah! Oh shit! Das war einmal dann doch wieder nix! Up! Nein! Ich muss später abspringen! Damit ich da drüber komme! Ja man! Bam! Sehr witzig! Joah! Was ist hier? Hä? Oh nein! Muss ich etwa? Das ist nicht wahr! Ja, ich denke schon! Ha ha ha! Oh ho ho! Alter! Nee! Wohohoh! Boink! Dat will ich sehen, dass das geht! Ey! Es geht! Shihihi! Wow! Ah, das hätte gar nicht so schwer sein müssen jetzt! Boink! Au Okay, dann nochmal Hoppa Und hoppa Ah Ah, jetzt aber Ne Aber jetzt Nicht zu tief Und jetzt genau richtig Oh Hui Hier war Oh nein Nochmal weg Siehst du überhaupt was von Bandage Girl? Ich meine Es ist wirklich schwer Das muss ich schon sagen Aber doch Ich sehe auf jeden Fall schon mal Wenn es qualvoll stirbt Ja Das ist ja auch irgendwo Das wird einem ja signalisiert Mehr oder weniger Ja Ja Na Wieso komme ich ja nicht mehr durch Und dann So komme ich Gott Nein Wuschi Mh Oh shit Oh Gott Wie soll man denn da den Sprung ansetzen, damit das funktioniert Beim Zurückklingeln Gehen Oh Das war wieder nix Hm Diese Dinger machen immer Probleme Oh ja Jetzt ist recht Wow Jetzt Ging ja doch noch Oh Gott Das erinnert mich auch an was Lassen wir sie erst mal runter Ja Ja Lieber doch nicht Äh Ich hab ne Idee wie ich das schaffe Wenn ich's denn mal schaffe Ja Ah Der ist da genau in der Mitte Das ist doch Dreck Ah Warten 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 Oh Gott Da drüben ist Meat Boy also Und Great oder nicht Great Great Das ist gut Weil Das wäre echt schade Das nochmal zu machen Ja Wow Wow Das Oh das sieht verwirrend aus Das sieht sehr verwirrend aus Aber ich glaube es ist nicht so Verwirrend Wenn man es erst mal kapiert hat Ja Aufwählen Ich hoffe nur Ich hab's kapiert Na Erstmal versuchen Ob es überhaupt Was wird Autsch Aha Aha Okay Ah Was hab ich jetzt gemacht hier So Und Hopp Und hopp Au Das sollte so nicht passieren Oh knapp Oh Aua Ja Wie böse ist das denn Aua Shit Oh Das kann man gleich wieder abhaken Und hopp Ah Macht sich nur Wie komme ich jetzt noch kurz zu Meat Boy Da ist er Und Grade 8 Plus So muss das Oh Gott Wow Der wird aber Was Oh Das sieht noch verwirrender aus Als das von eben Ja Aber es ist nicht ganz so schlimm Finde ich Hm Au Wow Habs überlebt Halt 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 Autsch Halt Am Am Autsch Fahnd Ich hab ne Ideen So Ad cass Plus Und jetzt noch. Da hin. Boah, da muss man echt schnell sein. Ja, muss man wohl. Nein! So. Guter Plan. Shit, äh, Mann. Also, nochmal. Au. Zum. Ich geh jetzt mal hier lang erst. So, dann hier lang. Oh. Mann. Es wird aber, ich... Ich hab hier den Plan, der dahinter steckt. Ja. Irgendwo. So. So. Ja, verdammt. Das ging jetzt daneben, aber macht nichts. Das macht was. Boah. Was haben wir denn hier wieder? Oh Gott. Was? Geil. Man muss... Ja, man muss immer in diesem Bereich bleiben. Und man muss möglichst im Rhythmus springen, wie ich's aussehe. Ja. Au. Fragt sich nur, ob man das so einfach schafft. Da geht aber auch ganz schön, die passt ab. Ja, das tut's. Wobei er... Oh, ja. Oh. Was? Au. Oh. Okay. Jetzt hab ich's kapiert. Oh. 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 Vielen Dank.